Hallöchen meine lieben, schön, dass ihr eingeschaltet habt zu einem neuen Video. Heute soll es eine Challenge geben, und zwar die Stadt-Land-Fluss-Challenge. Und wenn ihr Bock habt, bei dem Video zuzusehen, dann bleibt jetzt gerne dran. Was sag ich denn? Ich muss ja wieder so eine Einleitung machen, ne? Das war eine freie Interpretation. Welches Lied ist es? Ja, wir haben alle hier schon vorpräpariert solche Zettelchen. Wir haben natürlich nicht Stadt-Land-Fluss da draufstehen, weil das wäre ein bisschen komisch, wenn es um Bücher gehen soll. Und zwar haben wir da draufstehen Titel, Autor, Verlag, Fähigkeit Wesen, Name, Kategorie und Genre. Also das sind unsere sechs, naja, wie nennt man es? Kategorien? Und wir werden jetzt gleich Buchstaben abzählen und dann zu jedem Buchstaben versuchen, alles auszufüllen. Dann gibt es halt Punkte. Ich würde sagen 20 Punkte, wenn man was eigenes hat, was kein anderer hat. Wenn niemand was in der... Ja, wenn niemand was hat. 10 Punkte, wenn man halt was hat. Wenn man was eigenes hat. Was eigenes hat. Und 5, wenn man das gleiche hat. Ja. Ja. Und 0, wenn man halt gar nichts hat, ne? Ist klar. Jenny und Melli werden zusammen dieses Spiel spielen, weil Jenny leider minimal behindert ist. Wenn ihr die Kanäle der Mädels noch nicht kennt, dann verlinke ich sie euch in der Infobox. Das ist Jenny von Regenbogengarten, das ist Melli und das ist die Franzi von den Büchersälen. Aber ich denke, ihr kennt die alle. Ich halte hier auch ganz blöd mein Mikrofon in der Hand, weil ich es mir nicht anpinnen wollte, da ich es jetzt gleich auf den Boden legen werde. Also wundert euch nicht, warum ich hier so meine Arme so halte und so. Okay. Ich würde sagen, das war genug der Einleitung. Habe ich irgendwas vergessen? Wie viele Runden spielen wir eigentlich? Ich habe keine Ahnung. Sechs, fünf, sieben? Sechs, weil wir zu dritt sind. Also drei Teams, sechs, Frieder, zwei, sowas. Macht keinen Sinn. Wir spielen sechs Runden. Und wer macht als erstes das A? Ich glaube, Jenny darf anfangen. Jenny darf anfangen. Okay. Ich lege jetzt das Mikro weg. Ich. Oder du. Ist egal, in welche Richtung. Ich sag's. Ja, du sagst. Okay. Ich lege jetzt das Mikro weg. Ich hoffe, ihr versteht uns trotzdem. Aber Franzi kann voll abgucken. Ich. Als ob ich nötig hätte, weil ihr abzugucken. Ich mach's so. Wir führen übrigens eine ausgeprägte Hassliebe. Äh. Ja. Startig. Ja. A. Stopp. F. Also als Buch haben wir Fire in you. Ich hab Firelight. Ich hab Feuer und Flut. Also zehn. Zehn. Auch da haben wir keinen. Wir auch. Franziska White. Das war mir nämlich auch gerade eingefallen. Das wollte ich gerade noch sagen. Also gibt's hier null. Ja. Hohoho. Feuermagie? Achso, da hab ich nix. Achso, hatten wir Verlag schon? Achso, unsere sind uns anders. Achso, entschuldige. Also, ich hab Fee als Wesen. Ja, das hab ich auch. Also fünf oder was? Zehn. Nein, wir haben zehn. Achso. Feira. Aus, das reicht ja sie noch nicht. Ich weiß nicht, wer das ist. Ich hab Franziska. Bei die drei Ausrufezeichen, die heißen nämlich Franzi. Ahahaha. Also krieg ich zehn, ne? Ihr kriegt nur fünf. Und Genre? Fiction. Fantasy. Franzi mag. Wieso sechs Wesen als alle Fantasy aufgenommen haben? Nicht genommen haben. Ich hab nur 30 Punkte. Ich bin 95. Nur wegen der blöden Franzi. Nö, 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 nö. Dü, düm. Ich versorge jetzt deine Videos. Also ihr müsst wissen, Franzi macht neuerdings in ihren Videos immer dü, düm, dü, düm, dü, düm. Und beutet sie dann dü, 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 dü. Okay, jetzt darfst du A sagen und ich darf stopp. Okay, A. Auf dieser Stelle unterlege ich, glaub ich, ein bisschen Musik. Dü, 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 dü. Stopp. Q. Q. Oh Gott. Kande. Ähm. Machen wir einen anderen Buchstab? Ja. Q ist heute. Das kriegt auch immer, wenn sie da stopp sagen. Okay, nochmal. Zähl nicht so schnell. A. Stopp. P. Das war knapp. Knapp. Stopp. Pane, ich hab gerade noch einen Titel gesucht. Fäsch. So, dann fangen wir an, Franzi. Äh, Titel Paperprints. Puh. Ich hab nix. Pane. Ähm, eigentlich, ne, heißt es ja Tribute von Pane. Es wird immer nur Pane wieder. Aber was heißt es nur? Aber es heißt Tribute von Pane. Das zählt nicht, das ist kein Titel. Pane ist ein Name. Das ist, als hätte ich da Potter hingeschrieben als Name. Ja, ehrlich, war. Das zählt nicht. Galinia? Oh, ich hätte fantastische Tierwesen nehmen können. Verdammt. Also, durchstreicht ja nix. Hörn. Nichts. Poppy J. Anderson. Penelope Ward. Krenzi. Punkte. Verlag. Pipa. Pipa. Pan. Pan. Den gibt's wieder nicht mehr. Das zählt aber. Das ist doch egal. Äh, nicht zwei. Achso, jetzt habt ihr erst Namen. Da hab ich Percy. Paper. Ich hab Pipa. Aus Book of Lies. Das ist so. Ja, die wollte ich auch, aber sie hat Pepper hingeschrieben. Von daher ist gut. Riecht sie in Pumpto? Gut, dass wir das nicht genommen haben. So haben wir mehr Potter. Äh, Wesentfähigkeit hab ich nichts. Ich hab da Pirat. Hörn. Persönlichkeitsänderung. Ja. Persönlichkeitsänderung. Täter. Ist doch ne Fähigkeit. Der ist eigentlich kein Wesen in dem Sinne, aber... Ist es wie im Job, oder? Also, zehn Punkte. Na gut. So. Äh. Ja. Nichts. Personal Novel. Jetzt weiß ich was. Psychothriller. Oh, verdammt. Wir haben ja auch ne Möglichkeit gewesen. Scheiße, da haben wir nicht drauf gekommen. Egal, wir haben was. 20. Ja. 20. Beide mehr. Ja. Okay. 20. Die Runde war besser als die. 15. 60. 60. 60. Boah, Alter! Was ist los mit euch? 50 Punkte geworden. Ja. Ja. Hätten wir echt abgeschraubt. Ja. Ich war nie gut in Stadt-Land-Fluss, muss ich dazu sagen. Ach. Das ist immer so unter Druck, fällt mir gar nichts mehr an. Bei Flüssen habe ich immer ein Problem. Bei P hätte ich jetzt den Po genommen. Okay, jetzt hab ich, ne? A. Wer sagt Stopp? Ich, oder? Stopp. N. End. Flettig! Ne, war ich leider nicht. Unfair. Nein, das dürfen wir jetzt noch aufschreiben. Ja, okay. Bla, bla, bla. Achso. Du musst voll die Nachmacher sein. Wieso? Ooooooh! Ooooooh! Oh, Franzi, ey, erzähl dich! Was hast du denn alles? Oh, nee! Wollt ihr mir anfangen? Ja. Neitzel. Darf ich? Neitzel. Achso. Nemesis. Stücken. Hätten wir auch nehmen können. Nacht und Sternen. Ihhh. Das war echt furchtbar. Aber ich verpasst. Das hab ich abgebrochen. Den 10 Punkten. Ich hab's dir gleich gesagt. Wir haben Nina McKay. Ich hab Naeli Singh. Ich weiß nicht, wie die geschrieben wird. Ladini weißt du. He? Ladini. Aber ist doch egal. Das ist ja richtig. Das ist mit N. Ich hab Nina Blasin. Immer so leichte Namen. Nimmst du? 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 Ja, hab ich schon. Tinemann Verlag. Karls. Karls. Oh, Franzi. Oh, Jessi. Nina. Nina. Nemesis. Sie kriegen nur 5, ne? Na. New adult. Verdammt, hättest du doch das andere aufschreiben sollen. Ich wusste, dass alle die New adult aufschreiben sollen. Einer läuft. Ah. Kann ich Stopp sein oder? Stopp. Ha. Ha. Stopp. Iiiiih. Geht das schon wieder los? Oh verdammt, ich hab mich selbst angemacht. Ha. Gestern gegenseitig. Okay, darf ich das Titel? Okay, als Titel hab ich House of Night. Scheiße. Hardwild. Achso, habt ihr das auch? Ja. Warum habt ihr denn nicht Harry Potter genommen? Ha. Und hast du das nicht genommen? Richtig. Ich wäre ganz stolz, dass ich das nicht genommen habe. Ah, Hohlbein. Hör mir klein. Hans Christian Anne. Okay, Verlag. Hansa. Heine. Ich hab Heine hart. Fähigkeit Hellsehen. Achso, hab ich nicht. Hexe. Hexe. Wesen? Ja, nein. Ich glaub nur, das hätte ich mir auch einfach genommen. Ja, nein. Hedwig. Harry. Hera. High Fantasy. Horror. Ich werde von Runde zu Runde besser. Wir werden schlechter. Ja, zum mal gut, zum mal schlecht, naja. So. So wie alles, ne? Bist du fließt? Hahaha. Ich werde dir das ganze was rein in die Tür gemacht. Das ist Booktube-Mobbing. Wer es verdient hat? Hahaha. So, das war's. Hahaha. Ich mach jetzt ne Lester-Gruppe über dich aus. Vielleicht hab ich jetzt längst eine über dich? Da gibt's bestimmt mehrere. Was? Okay. Ah. Wie sie sich gebräutert. Juhu. Ich möchte mal sowas wie S oder C haben. Kannst du mal ein bisschen schneller machen? Stopp. S. Hahaha. S. Stopp. Oh Mann. Ja. So schnell war ich jetzt mit. Darf man angefangene Wörter noch zu Ende schreiben? Sie hat gerade mit den zweiten Punktstaben angefangen. Ha. Stopp. Macht einfach. Euch werden nachher noch 10 Punkte für Mogelein abgezogen. Ja. Ja. Hier sind schon zwei. Soul Beach. Secret Fire. Gar nichts. Ich war nicht so weit. Ha ha. Sarah Oliver. Sarah Dessen. Sarah... Sauerländer. 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 Alter, was ein Name. Hast du so viel Zeit gehabt? Ja, deswegen hab ich die anderen Sachen. Ihr habt auch Sarah, ne? Ja. Aber ich hab Sarah ohne HC. Das dann jetzt auch? In welchem Buch kommt die denn? Ja, das ist ein anderer Name. Keine Ahnung. Kleine Prinzessin Sarah. Das ist ein anderer Name. Das ist ein anderer Name. Das ist ein anderer Name. Kriegt der 10 Punkte für, glaube ich, bei dir. Wir auch, oder? Mhm. Und jetzt hab ich noch Sci-Fi. Nix. Sag sicher. Ich bin gespannt. Jetzt bin ich dran, ne? Ah. Ich werd stopp. Achso. Stopp. Ah. Sehr schön. Stopp. Hm. Was stimmst du denn so schnell? Ja. Gut, ne? Mann. Ich glaub, das ist nicht richtig. Ja, was jetzt? Stopp oder ich stopp? Ist egal. Jetzt ist zu spät. Ich hab schon Stopp gesagt. Ok. Akadien. Oh. Das ist nicht richtig. Ja, was jetzt? Anima. Anima. Ohhhh. Hanno Strubel. Anna Banks. Wir haben keine. Und ich hab das Buch gerade erst gelesen. Ist echt traurig. Arena. 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 Amitrist. Wo war das? Das kam mir irgendwo vor. Auro. Ja, das Wesen, oder? Ich mein, das war eine Fähigkeit. Aber jetzt fragt mich, wo ich das her habe. Das war ich ja irgendwie. Ich kenn's nicht. Ja, das hast du auch schon mal gehört, ne? Irgendeine Fähigkeit. Ich finde diese Besor... Nee, die sind anders. Nee, diese Elementarier sind das nicht. Nein, dieser... Der, der besonders stark ist, den sie... Nee, das sind die Makar. Achso. Ja, stimmt. Ja, Makar. Annika. Annika. Aus Pippi Langsprung. Action. Abenteuer. Nix. Kommt das denn her? Was? Ich google. Oder verwechsel ich das gerade mit Amrita? Oder mit Rhythmat. Ami. 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 Trist. Trist. Keine Ahnung. Ich krieg da glaube ich keine Punkte. Lass mir das einfach. War das die letzte Runde? Ja, sag ich's noch. Das ist aber wenig. 40 Pünktchen. Jetzt kommen wir zum finalen Punktestand. Also ich bin Siegerin des Herzens. Wie immer, ne? Wie immer, ne? Du hast gleich wieder... Auf dem letzten Platz ist Franzi mit wie viele Punkten? 245 und ich trage es mit Würde. Ich hab 270. Wir haben 280. Ja, da haben wir auch zwei Gehirne gedacht und die haben trotzdem die 10 Punkte. Es hat trotzdem viel Spaß gemacht und ihr könnt es ja einfach mal zu Hause ausprobieren. Das ist nämlich echt nicht so einfach. Das ist eine herbe Herausforderung. Wenn ihr wollt, dürft ihr im Video gerne einen Daumen hoch oder einen Kommentar da lassen. Wir freuen uns auf eure Nachrichten. Und ansonsten würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Bye meine Lieben! Tschüss!